Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Xenoverse. Wir sind das letzte Mal hier im Flughafen stehen geblieben, wo wir auf der Suche waren nach dem, was wir eigentlich als nächstes machen sollten. Das ist so basically das, was wir gerade eben gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Once you have tasted flight, you will never forget, you will forever walk on the earth with your eyes turned skyward. For there you have been, and there you will always long return. These are the words of a famous man of science. Of a famous man of science. Just garbage, okay. Hallo. Do you wish to pick up your luggage? Nee. Ich habe keine Luggage. I'm just hoping they didn't lose my precious vintage suitcase. Bestimmt nicht. Hallo? Äh, sicherlich. Ja, Mommy and Sissy have been standing there for ages now. She's busy with the check-in. You should not disturb. Did you know that sometimes you can find specimens of a mascot inside Pokémon Dens? Be careful, though. They're unique specimens. Don't... Was auch mal. There's nothing worse than waiting for something that will never come. Das stimmt. Wie zum Beispiel die Paan. So, hier ist der Exit. Ah, okay. Das heißt, wir sollten... Wir mussten einfach nur durch. I'm so anxious for the flight. I need a good Pokémon battle to take it off the edge off. Die Challenge bei Hippie August. Hallo, Plaudergeil. Wir hatten doch gerade erst den Orden. So. Plaudergeil fängt jetzt. Sehr schön. Ähm... Hallo, Schlapp-Ober. Okay, ich hätte... Ich hätte Earthbreak nehmen sollen. So. Jawoll, das ist ein Crit. Und damit ist Schlapp-Ober auch besiegt. Sehr schön. Kung-Fuhr-Slam 54. Close Combat. Das ist Nahkampf. Ah, das zeigt... Ne, das denkt mir zu viel. So, Shadow Defeated. Hippie August. Ha! I got my back... I got back my peace of mind. Das ist... Das ist... Schön für dich. I guess. I've been playing with Game Boy my entire youth. But now I'm ready to move on to real battles. Das heißt, in... Stimmt, bei... Stimmt, in der Pokémon-Gewelt gibt es auch die ganzen Nintendo. Konsolen. Ein Level 45, Glumander. Warum hast du keinen Glurak, Mann? Bist du irre. Just Glumander, aber trotzdem bist du irre, Mann. I see fire... Inside the mountain. So, weiter werde ich nicht singen, um hier keinen Copyright zu verletzen. Bernie, this glimpse of the jungle is so instragrammatick. I really want to take some pics for my... Of my Pokémon battling. Oh, da ist ein Dschungel jetzt. Okay, interessant. Hier challenged bei Influencer Bernie. Oh, hello, Kachikachu. Du kriegst jetzt einen Rocktoomb ab. Au. Das würde mir jetzt wehtun, wahrscheinlich. Ja, Frostbreath. Au. Frostbreath ist gemein. Stimmt, ja, die Beldra hat auch noch eine Vierfach-Schwäche. Das war kein smarter Move von mir. So, Powerpunch. Und tot ist der kleine Hase. Oh, Lucha. Oh, Lucha, da. Ah, Resslerdero. Rocktoomb. Und it missed. Hey, stop taunting me. Wie? Ich wechsle mal ganz schnell auf Harrog. Das wird mir sonst hier zu heiß. Ah ja, es ist hochgesprungen. Steel Wing. So, jetzt. Ich kann mich die Sprundfeder einsetzen. Jetzt mache ich Spark. So, Steel Wing macht eh keinen Schaden. Warum haben wir nicht einfach Steel Wing durch Ladestrahle nutzt? Obwohl, es ist besser, wenn man mindestens drei Typen bei seinen Angriffen hat. Sagt er und hatte einen Triashorter mit gerade mal zwei verschiedenen Typen an Angriffen. Aber egal. So, at least I took some decent pictures. Na, wenn es das ist, dann ist es ja nicht schlimm, dass du verloren hast. Halt, stopp. Wo wir auf Route 9 gehen, da war noch ein Pokéball. Den nehmen wir noch mit. Außerdem heilen wir dann noch einmal unsere, unser schönes Libos, äh, Libeldra auf. So, und dann nutzen wir noch zwei Sonderbonbons für Libeldra. Ja, ja, ich weiß, damit hätten wir uns den, äh, Dings sparen können. Aber warum ist... Uh, Aufruhr, nee. Warum nicht. Warum ist Tohaidu immer noch Level 51? So, sitting back and wanting ain't my thing and waiting is ain't my thing. Ja, challenge bei Hip-Hop Zoe. Uh, Primarene. Eigentlich Primarene, Marikeck. Primarene ist die Weiterentwicklung. Äh, ich wechsle mal kurz. So, ganz unauffällig. So, jetzt gibt's den Boomburst und dann bist du Eton tot. So, Primarene ist raus. Paragraph ist Level 54. Jetzt kommt irgendein Bremand. Das Elektro-Bremand, das find ich jetzt nicht so gut. Äh, Libeldra. Ha, 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 ha. Das hat mich, das hat mich nicht vereffektiert. Das war sehr effektiert. Das war sehr effektiert. So, Zoe ist besiegt. Well, at least, I spent some time battling. So, dann ab auf Route 9. Jetzt sind wir hier in diesem komischen Dschungel. Alles klar. Ups, ich wollte eigentlich nicht so viel hin und her in. Hallo, Coin, Coin. Er will 37? Wirklich? Wirklich? Ich bin jetzt hier zurück. So, Coin Coin ist besiegt. So, Revival. Das ist das Vitalkraut, glaube ich. capturing, das ist es nicht so weit. Hm. You should find a way to cross this stream. Out of my way! Bad. Hey, watch your step, you damn! Wait, what? What's that? What's the citizen doing here? Oops, da war jetzt auch sehr shadows. Did you get lost, mister? Oh, gotcha! You need to cross the stream to Toredo Village, don't you? Well, incidentally, I have a friend here and I think it might help you. But, you know, it hates Wimps and will never help them. If you prove me not to be one with the battle, maybe it will help you out. How about that? Okay. Booyah! Come on, DesiDry! Let's make this one bite the dust. You're challenged by Wild Boi. DesiDry! Bonsly! 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 Which you've been saying before. Bonsly! 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 Oh, ein shiny Impergator. Hier du gehst. This Ferrarigator is one of the many friends I've made here in the Cluster Jungle. It will give you a ride to Dorado. You know, it might seem a pretty aggressive guy, but deep down it's a softy. With its swimming style, going through rapids will be a club's play. Ah, I nearly forgot the most important thing. Whenever you need its help, you can use its special signposting to call it. Oh, I got a rush now. Ferrarigator, be sure and take good care of him, okay? Ferrarigator! Come on, desiduai, let's go! Ah, Amruta by the way. Who knows if we shall meet again. So, ja. Dorado Village? Freil! Okay, steuern können wir hier nix. Wir werden einfach nur rübergebracht. Finde ich fair. Okay, da wäre es auch noch zum Cluster-Djungle gekommen. Vorall! So, den Pokéball will ich noch haben. Oh, ein Bojellin! Wenn du das Felsgrab überlebst. Ich meinte, wenn du das Felsgrab überlebst, dann fangen wir dich. Er hat's überlebt. So. Komm, du kriegst ein Diveball. Verdammt! Jetzt halt ein Hyperpeil. Oh! Ich fange jetzt nicht an wie Panzer Aeron hier. Nein! Ja, 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 so. Wirklich? So, du hast jetzt noch eine Chance. Bleib drin oder stirb. So, komm schon. Okay. So. Sehr schön, damit haben wir es jetzt endlich dann auch gefangen, das scheiß Vieh. So, Level 54 für Milo Mew Double Edge. Was ist bitte Double Edge? Wreckless life, risking tackle at awesome Demi... Äh, nee. Das ist, glaub ich, Risiko-Teckel. Jaja. Soit. So, Full Heal, dankeschön. Oh, Halogarno-Viel. Wenn du... Nee. Ich versuch's einfach so, wenn du drin bleibst, ist gut, wenn nicht, dann nicht. So geht das, Burjali-Lon-Panzer-Äro. Genau so. So. Boah. Sind wir jetzt in Eldorado. Das heißt zumindest Dorado Village. Habt ihr hier ein Poker-Center? Irgendwas in die Richtung? LaPapa-Berry. Oh. Hier ist ein Tempel. Mit einem Raiku davor. Ja. 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 Wir sind ganz weit weg. Quasi unsichtbar. Ja. 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 19 Du Termin. Ja. 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 Rkeni. Ja. You know, he's always busy with his full-time job at the Shailian Temple and he never has time for me. That's how I met this Desiodarai, when it still was a little Raulet. And we've been like brothers since then. Right, buddy? Desiodarai! But he had nothing to do with this, so you should go to the Cardinal to prove your innocence. I can help you to reach him if you want. Take this. You definitely needed to cross the thick jungle forest. I'm not sure how to use it, but from what those old farts in the palace were saying, it allows you to cut down the trees in your way. Ah, it's a Schneider! Caeserium H. There, you bought it. Well then, you're ready to brave the dangers of the cluster jungle. I'm waiting for you there. All you have to do is heading east of Dorado and then, with Ferrari Guetta's help, getting there should be a breeze. Yes. Mhm. Du hast ganz unauffällig geflüstert. Better stay away from troubles. Ich frage mich ja, ob die Stadt hier auch in Ordnung hat. Ah, hier ist auf jeden Fall ein Pokémon Center. Mehr oder weniger. So, the Paragon Service ist auf jeden Fall schon mal da. Und kostenlos. Dankeschön. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Dschungel. This ancient village is a sought after destination for ruin maniacs like me. So, Route 9. Yes. Uh, Cluster-Shadow. Ferral! Ferral! Here you are, Shadow. What are these sentinels doing here, at the entrance? They should protect the temple's door. Get out of here now. Nobody's getting through without the permission of the master. Master! What the heck are you talking about? I'm the son of the Cardinal! Get out of my way! Stay there or we'll have to do this the hard way. You asked for this! Shadow! Let's give him a lesson! Sicherlich bist du der Sohn vom Cardinal. So. Sentinel Texer. Oh, ein Tropius. Pflanze Flug. Ah, da kann ich grad nichts wirklich Gescheites gegen machen. Deswegen wechseln wir mal auf Trishout. so, nach hin. so, Flamethrower und es ist Mist. Natürlich. Junge! Du darfst du das bitte noch daneben treffen? so, Flamethrower und es ist Mist. So. Executor. Ah, das ist, ähm... Wie heißt's? Kokowai. Müratla. Kokowai. Müratla. So, Frostbreath und weg mit dir. So. My husband is beating wildly. Dammit, what the heck has that cow... Uh, Chauda head of Daddy been doing here? Why did he replace these guards to defend the jungle? What you say, Shadow? You think some villains have to be behind all this situation? Then it means Daddy is in danger. Shadow, you're a tough trainer and I'm sure you can find the temple on your own. We were meeting straight there, okay? I know, I promised I'd take you to him. But now it's different. I must get to him and I have to do it now. Come on, Desi-Dai. Let's go. How dare you enter the jungle, foreigner? Ah... Ahuazzi. Hallo Ahuazzi. Uh, Loreblood. Kann's sein, dass die echt alle, ähm, Starter hier drin haben bis zur siebten Gen. Also zumindest haben sie sauviele hier drin. So, die Beldreise Level 54. Pumpfest Level 55. Krokorok. Was bitte ist Krokorok? Ach, okay, Mann. Ja, ich will gut. So, Earthbreak. Paulus Spiel! Nicht nett! Ich hab dich wenigstens mit dem ehrlichen Erdbeben besiegt. I can feel my energy is fading away. Oh. Hallo Hysteric. Schön, dass du auch da bist. Ah. So, wenn das über... Okay. Du überlebst es nicht. Du wirst auch nicht gefangen. Aber wenn, kann man zwar denken, das ist fast 20 Level niedriger als wir. Ah. Ja. Hallo, Sichler. Die Pflanze sieht aus wie ein Widerflor. Und da hab ich jetzt auch so sehen, übersprungen, was der sagt. You're challenged by Sentinel Ishtaka. Execute. Order 66. So. Dann machen wir nochmal hier einen Crunch. Okay, du bist nochmal paralysiert. Kannst du jetzt bitte einfach töten, dieses scheiß Vieh? Dann mach's halt nicht. Dann mach's halt Milo Mute. Mit. So, Frostbreath. Fuck. Weg mit dir. So, nochmal XP. Claydoll. Ah, Lipomentas. Äh. Du bist Boden-Psycho. Au, 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 au. Ah, ist gut. Jawoll, sehr fiktiv. So, dann haben wir noch einen Sichler. Das ist Käferflug. Bleiben wir mal drin. Noch ein Frostbreath und das soll's gewesen sein. Zack. Sehr schön. Oh, die scheinen hier eher so in Richtung Pflanze oder Psycho zu gehen. Äh. Machen wir mal das. Dann haben wir hier noch eine Kuhmilk. Keine Kuhmilk, eine Mumilk. Dann haben wir noch einen Hyperheiler für die Beldra. Ja. Sichler. Mach mal auf. Ui. Jetzt kommt hohes Klaus. Ah, wenn du fliebst. So. Ganz klar ist, ich kann generell jetzt keine Attacken mehr nutzen. Zum Fangen. Deswegen entweder sie bleiben beim ersten Pokémon drin oder sie sind tot. Die zwei Optionen haben die Pokémon jetzt. So. It binds itself to trees and marshes. It attacks prey with its sweet-smelling drool and gulps them down. Lecker. Dann würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play. Let's Play ist beim nächsten Mal auch wieder da. Mit mir. Aber jetzt mal im Ernst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Pokémon Senuverse. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.